Hallo Nation, großes Talent ist bei Borussia Dortmund angekommen, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, der aktuelle Bundesliga-Torschützenkönig trägt ab sofort das schwarz-gelbe Trikot, Niklas Füllkrug wechselt von Werder Bremen zum BVB. Der 30-jährige Stürmer hat heute seine medizinische Ausbildung in Dortmund abgeschlossen und hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 unterschrieben. Niklas hat über die Jahre seine Torgefälligkeit unter Beweis gestellt und in der vergangenen Saison die Auszeichnung als bester Torschütze gewonnen. Dank seiner guten Leistungen ist er zu Recht eine wichtige Stütze im Angriffszentrum der Nationalmannschaft. Niklas ist ein sehr kopfballstarker, körperlich präsenter Stürmer. Er überzeugt im 1-gegen-1-Duell und ist für den Gegner im Zweikampf unangenehm. Mit all diesen Fähigkeiten verkörpert er das Profil, das wir gesucht haben, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.